Ja, haut rein! Ich hoffe, dass ihr noch irgendwie was mitgebracht habt, weil ich hatte gesagt, hey, alle sollten noch was mitbringen. Ich wollte eigentlich nicht jetzt hier 100 Kilo und Fleisch und so. Aber der Lachs war nicht zu kriegen. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich keinen Lachs gekriegt habe. Ja, wirklich? Also, mal ganz ehrlich, für 50 Gramm 4 Euro irgendwas zu bezahlen sehe ich nicht halt. Also, dann kriegt jeder ein viertel Stück oder so. Und dann wollte ich da ein bisschen drin schmelzen oder so. Ich denke, das kann ich sparen. Ich glaube, das reicht, oder? Das ist nicht schön. Ja, es wird schon schmecken. Ich hole jetzt das Rührei. Haut schon mal rein, ich geh das mal grad holen. Und dann stoßen wir auch noch an. Alle haben einen Schluck Sekt bekommen. So, Moment. Das hab ich mir gedacht. Das war's nämlich. So, einmal durchreichen, bitte. Also, ich verstehe. Das sieht man nicht. Da ist so ein Ding zwei. Das ist irgendwie Speck, Petersilie, Salz und Pfeffer, falls irgendjemand allergisch ist gegen Triebeln. Das sind gar so eine Schreibe über 20 Eier. Das sieht sehr wenig aus. Also, denkt an, das stopft. Guten Appetit! Wer kann denn das singen? Oh nein! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebe Lina! Happy Birthday to you! Oh! Wir hätten uns weniger Mühe geben sollen. So, jetzt musst du einmal auspacken. Ja, immer wieder einmal auspacken. Ja, ich packe aus. Soll ich dir das rübergeben? Das Ei. Das Ei packen wir nicht aus. Ja, soll ich sagen, weil sonst immer dann nix. Ist viel zu schade zum Auspacken, das Papier ist toll. Kannst du aufgeben? Das soll ich aufgeben, ne? Muss man aufgeben. Schuhgröße 32. Schuhgröße 32. Mieseknochen, ich werd verkloppt. Geil! Ach so! Nein! Da steht mein Name drauf! Wie geil ist das denn bitte? Ach, der hat die weiß! Das ist mein Knochen. Oh, cool! Guckst du! Da steht Nina drauf! Was? Finger weg von meinem Knochen! Murphy, jetzt sind wir Konkurrenten! Mein Knochen! Ja, danke schön! Endlich! Endlich! Das mag ich ja voll sein können! Die kriegen auch so voll neben, die kannst du da her mit der App. Das ist ja geil! Ich auch in den Ofen, oder so? Ja, das ist sicher! Ja, es gibt ja auch Unterschiede. Es gibt ja auch Unterschiede. Es gibt ja auch Einbruchssicherheit. Ich hab's ja auch so die Fotos! Und dann kann man nur stehen. Oder kann es halt theoretisch schon stehen. Oh! 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 Oh, der ist toll! Oh! Ach, das ist auch noch was! Ja, Wahnsinn! Komm! Alles zu machen! Ah! Jetzt ergibt das gar nicht zu sehen! Nee, aber... Ich sehe Alarmanlage! Das ist ja wahr! Das ist ja wahr! Ich muss noch mal überfallen werden! Das ist ja auch für mich! Ja, ja! Das ist aber wahr! Ich verstehe dich! Ja, sonst endet das auch alles mit raus! Weil dann in so einer Dusche steht! Dann kriegt er auch Oli! 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 Das ist Kaffelsahne! Im Kühlschrank! Geht es aber gut! Opener Tür, Oli! Das ist Kaffelsahne! Hat das? Ja! Hier auch! Hier ist auch schon ein bisschen was! Ach so, hast du! Ja, dann kommt noch! Ein Gesinn! Und dass das Set vollständig wird! Endlich! Die Socken fehlten noch! Ja, danke schön! Ja, dann mögen mich ja alle für Bekloppt halten, aber ich mag den! Hast du auch eine Hose dazu? Ja! Ja, das Set jetzt vollständig! Ich hab alles vollständig! Schabracke, Bandagen, ähm... Jacke, Reithose? Reithose! Es ist auch total schick! Alles in Schwarz-Gold! Das ist toll, ne? Bist du, dein, dich, denn? Kann man sich nicht in die Welt draufstehen? Ja, okay! Na, die Rissi! Na ja! Ich hab's! Na ja! Ja, okay! Na ja! Na! Na ja! Na ja! Na ja, das ist nicht. Na ja, das ist nicht. Na ja, aber die Häuser! Na ja, die Häuser! Na ja! Na ja, die Häuser! 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 Und wo ist das Röntgen jetzt?